Ja und passend zu dieser Geschichte gibt es jetzt auch einen Mega-Hit aus den 80er Jahren. Für Modern Talking war es einer der größten Hits aller Zeiten und You're My Heart, You're My Soul gehört heute auch immer noch ganz fest ins Repertoire von Thomas Anders. Aber eins ist klar, mit der SWR Big Band klingt er auch ganz anders. Ein Riesenapplaus für Thomas Anders! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Axel Kühl You're my heart You're my heart, you're my soul Dankeschön! Heute komplett anders! Danke, danke! Wow! Geht richtig ab, die Nummer! Geile Nummer, ne? Sensationell! Wie darf man das sagen? Ausnahmsweise, ist raus! Okay, ist raus! Pass auf! Du bist ja heute der Rheinland-Pfälzer in unseren Künstlereien. Ja, das stimmt! Und was macht für dich unser Bundesland so besonders? Es ist das schönste Bundesland von Deutschland. Wahre! Das müssen wir doch einfach mal so sagen! Ich bin deiner Meinung! Also ich liebe es wirklich hier zu wohnen. Ich komme nun für die, die es nicht wissen, aus Koblenz. Es ist einfach wunderschön. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich nach Hause komme. Auch nach Rheinland-Pfalz. Lieber Mosel oder Rhein am Deutschen Eck? Ja! Na sagen wir so, für mich die etwas romantischere Seite hat die Mosel. Ja! Aber die etwas internationalere der Rhein. Okay! Und beide haben sensationellen Wein. Das ist toll! Das stimmt! So! Ich habe ja gesagt, wir haben Künstler dabei, die sind weltweit unterwegs. Und Sie müssen sich vorstellen, der Mann ist vorgestern aus Russland hier angekommen. Demnächst schon wieder in Bukarest. Ich bin morgen in Bukarest. Und dann Los Angeles, zwei ausverkaufte Shows? Da freue ich mich sehr. Ich habe zwei ausverkaufte Shows in L.A. im August und bin im September in New York mit einer Show. Well! Man nennt ihn auch den Jet Setter! Ja! Großartig! Aber ich komme immer wieder. Ja, und das ist das Schöne, immer wieder nach Hause zu kommen. Und damit du das auch nie vergisst, gibt es auch für dich unsere wunderschöne Rheinland-Pfalz-Medaille. Oh, vielen Dank! Dankeschön! Dann wirst du immer auch an Rammstein-Isenbach denken. Gerne! Immer eine Reise wert. Vielen Dank, Thomas Anders! Danke, Martin! Danke! Und nachher wird er noch zum Frankie Boy! Freuen wir uns auf den passenden Song für Ihren Sport. Thomas Anders mit Fly Me to the Moon! Fly Me to the Moon and let me play among the stars. In other words, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, baby, I love you. In other words, baby, I love you. You all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, oh, in other words, baby, baby, in other words, I love you. Thomas Anders, Fly Me to the World. Und die SWR Big Band. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du bei uns bist.